Aber... Bäm! Hahaha! Okay, den will ich Skyline attacken, den Typen. Und... Bäm! Ah! Jetzt stirb! Nimm die Gondel! Okay, die Gondel ist da! Oder? Achso, der kam auf dieser Gondel! So ne Sau! Äh, Elisabeth, wo bist du? Während eines Kampfes kann Elisabeth keine... Boah, du willst mich da verarschen! Genau! Truff! Wo bist du, Elisabeth? Ah! Ah, will ich haben. Okay, jetzt müssen wir den Riss für diesen Compatriate neu öffnen, glaube ich. Und... Bäm! Oh, 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 oh! Wo sind denn noch Leute? Hier vorne sind noch Leute! Oh, 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 oh! Okay, okay, okay! Einer nach dem anderen... Shit, shit, shit! Das Präzisionsgewehr wäre jetzt wahrscheinlich nicht schlecht, wenn die da vorne stehen! Dammit! Ahhhh... So! Mach es schwer! Please! Okay! Ich bräuchte aber Muni! Danke schön! Okay! Dankeschön! Digga's! Okay! Okay! Gibt mir anständiges Zeug! Okay! Ich bin da! Zack! Greifen! Yes! Greifen! Yes! Greifen! Yes! Und greifen! Tja! Jetzt sehen sie mich nicht mehr! Oh, oh! Nein! Ähm... Was ist das hier? Panzerfaust! Und drauf! Nein! Ach, das ist ja ärgerlich! Komm schon! Stirb! Junge, du bist so scheiße hartnäckig! Das ist ja unglaublich! Nein! Endlich! Okay! Keine Muni mehr mit meinem Scheißgewehr! Das ist doch unglaublich! Kann man sich nur so anstellen! Okay! Ich würde sagen, ich gehe mal zurück zu diesem Ding, damit ich mal meine Munition auffüllen kann, weil so werde ich sicherlich nicht weiterfahren! Schon gar nicht in die Nähe von einem Luftschiff, das Comstock gehört, weil das Ding ist garantiert auch noch woanders bewacht und nicht nur... Ach ne, hier vorne ist er! Hallöchen! Ich möchte ein bisschen was kaufen! Ah, das habe ich alles! Ah... Und hier! So! Alles klar, ich bin bereit Mädchen! Knack mal das Schloss von der Gond... Das Schloss von der Gondel auf! Ich werde hier sehr verbunden! La, 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 la... Gondola zum ersten Mädchen Aerodome! Okay! Ab geht's, Mädel! Aufmachen! Schwups! Oh, ich hoffe, du brauchst jetzt hier nicht ewig! Da oben ist nämlich auch noch so ein Schiff! Danke! Na dann, würde ich mal sagen, lassen wir uns nicht lange lumpen, oder? Hier sind noch Sachen! Neue Lockpicks! Sonst ist hier nichts! Alles klar! Hoch! Hoch! Ich denke, dass ich hier endete. Ich habe gemeldet. Und jetzt habe ich Geld für Menschen, die du nicht in Geld zu sein willst. Ich komme hier, um es zurückzahlen. Ich habe dich ausgelöst. Was denkst du das? Charity? Wer hat dich? Jemand, der bereit war, meine Marker zu nehmen. In exchange für dich. Das ist doch alles kein, kein Ding hier. Einfach mal ein bisschen Vertrauen haben, Booker. Na gut, ich glaube, wir sind da. Komm, lass uns hier rausgehen. Ach, geht nicht einfach so. Muss ja still stehen. Naja. Aber wir sind da. Wir haben es geschafft ohne Gegenwehr. Gondola of the Airship. Wir sind beim stolzen Besitz der First Lady. Ich muss sagen, wir statten uns hier noch mit Müll aus. Mülleimer mit Cotton Candy. Und mit den restlichen Münzen aus. Hier haben wir wieder solche Maschinen zum Zeug kaufen. Vigor wird es nicht reichen, aber hier kommt... Klappe. So, ich bin halt ein bisschen aggro. Ja, wo bist du denn? Na, komm her. Danke. Bisschen aggressiver, als die Leute sich das vielleicht bei mir vorgestellt haben. Deswegen ging das jetzt sehr schlecht für die aus. Ich hab schon wieder Munition verballert hier. Ja gut, aber ich würde sagen, wir können trotzdem so bleiben. Wir gehen einfach... Au. Was war das denn? Wir gehen einfach mal hier rein. Okay. Hoch und Fahrstuhl. Ab in die Gondel. Also nicht in die Gondel, ins Luftschiff. Es sieht aus, wie sie dich den falschen Shepard nennen. Und du den Lamm. Wir wollen uns das nicht nennen. Das passt mir. Wie hast du gedacht, dass sie wissen, dass du kommen würdest? Entweder sie haben einen Profit auf ihrem Seite. Ha, ha, ha. Oder die, die mich aufgewandert haben, haben auch die Signen geschrieben. Warum? Du hast mich. Die erste Frau. Ja, wir sind hoch oben. Kann man von hier das kaputte Haus von ihr sehen? Nee, nirgendwo, ne? Okay. Lass uns mal vorgehen. Sieht sie irgendwas? Nee, sie sieht nichts. Okay. Alles klar. Oh oh. Bitte nicht aufstehen. Hallo? Oh. Gold. Seine ganzen Reichtüme herumliegen lässt. Dumm. Riesige Statur von Comstock. Wunderbar. Äh, nehm wir doch mal. Nehm wir mal wieder. Salzinfusion. Ab geht's. Nice. Was haben wir hier noch? Nichts. Geht nicht auf. Na gut, dann mal ab an die... Wo bist du, Elizabeth? Ach so. Oh mein Gott, die Frau. Unglaublich. Gehen wir mal ab an die Störung. Bereich verlassen. Ja. Ach so. Ach so. Ach so. Auch mal ab an das. Ach so. Ach so. Sorry. Komm schon Mädchen. Alles klar. Drecksau. Hallo? Mein Gott, ich lag doch eh schon am Boden. Oh, shit. Hi. Ich hab die Knöschchen knacken will. Das falsche Shepherd we been hearing so much about. Caused a mess of trouble at the raffle. You Fitzroy? Nothing but. I got no quarrel with you or your Vox Populi. This is my airship you're hanging me out of. And I got perilous need of it. Really? Cause it sure look like old Comstock's airship to me. Listen, I ain't looking for a fight. There's already a fight to win. Only question is, which side you on? Comstock is the god of the white man. The rich man. The pitiless man. But if you believe in common folk, then join the Vox. If you believe in the righteous folk, then join the Vox. I just bought my ship. And the Vox shall give her to you. But first, you must help the Vox. Down in Finkton is a gunsmith, who can supply weapons to our cause. Get our guns from him, and you shall have your ship back. Huh? Das war ein verdammter Ruhrfall, um den einfach so zu überleben. Krass. Oh man. Jetzt haben sich unser ganzes Zeug weggenommen. What I hear from the working man, is that they are unhappy with their lot. Oh. Why to offend yourself, I ask. The ox cannot become a lion. And why would you want to? What the hell? They fire the man? Flying squad came and took him. You ain't gonna see him around no more. Hmm. Samuel always thought that the pew on Sunday went hand in hand with the desk on Monday. Science is the slow revelation of God's blueprint. After two years in the Lamb's Tower on Monument Island, he took ill with cancer of the stomach. I prayed to the prophet, and the prophet delivered unto us a miracle through a servant fink. I do not know if I will ever get used to a husband bound in a skeleton of metal, but better a handyman than a dead one. Ah. Wir sind also jetzt im Reich der, ja, farbigen angekommen, der Vox Populi, die aber natürlich gleich ein bisschen den Profit aus uns schlagen wollen. Wir sollen ihnen ihre Waffen besorgen. Und dann helfen sie uns vielleicht, beziehungsweise geben uns dieses Luftschiff zurück mit dem wir abholen sollen. Aber uns verfolgt ein viel größeres Problem. Nämlich das, verdammt nochmal, Elisabeth sich verzogen hat. Das ist schlecht, Kinder. Sehr schlecht. Okay, lassen wir einfach mal in Ruhe arbeiten. Wir haben kein Problem mit denen. Hallo. Wo sind sie denn? Na gut, lassen sie mal in Ruhe. Eigentlich ein Wunder, dass der mich jetzt nicht angegriffen hat. Wir scheinen in einem komplett neuen Stadtteil zu sein, wo unser Aufruhr noch nicht hingedrungen ist. Wir laufen mal weiter, um uns das zu nutzen haben. Hier geht's runter. Hallihallo. Ah ja, sie haben bloß Schlagstöcke. Das ist gut für uns, wenn's dann mal an Problembewältigung geht hier. Charged with what? Schau mal, ich romm nicht aus. Merkst du was? Okay, hier ist wieder so ein... Dingsbums. Ja, Ausrüstung. Hut, Getriebekopf. Du wirst schwieriger zu entdecken sein von automatisierten Geschützen, Zeppelinen und motorisierten Patriots. Uh, das ist geil. Ich glaub, das will ich. Ach. Ach. Ach so ein Nahkampfding. Stirb. So, Kinder. Jetzt ist aber mal gut hier, ne? Ich, ich, nicht doch du. Dir hab ich doch gar nichts getan, Mann. Äh. Und hier. Wupp. So. Wunderbar. Ähm. Was haben wir denn noch so? Den. Ah! 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 Nein, 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 nicht töten. Nicht mich töten, nicht mich töten. Oh Gott, oh Gott. Was haben wir hier? Hier ist nichts. Hier ist einfach nichts. Okay, okay, okay. Wir müssen das Ding wieder übernehmen. Hilft nichts. What? Da ist noch einer. Okay, es hilft doch was. Wir können das Ding nicht übernehmen. Wir müssen irgendwie anders den Weg hier rausführen. Dude, ist ja gut. Alter Schwede. Ähm, was mache ich denn jetzt? Oh, nee.